Musik Sicherlich kennen Sie alle die bekannte Oper von Richard Wagner, der fliegende Holländer. Mit dieser Oper haben wir uns beschäftigt, aber wir werden nicht die Oper auf die Bühne bringen, sondern eine eigene Interpretation des Theater Ansbach. Satan hat den fliegenden Holländer verflucht. Ab diesem Zeitpunkt kann er nicht mehr sterben, ist dazu verdammt in Ewigkeit über die Weltmeere zu fahren und darf nur alle sieben Jahre ans Land zurückkommen und dort eine Frau suchen, die ihn durch Liebe erlöst. Wir erzählen die Liebesgeschichte von Richard Wagner nach dem Mythos über Senta und den fliegenden Holländer. Wir erzählen aber auch eine Geschichte über das Wandeln durch die Zeiten. Der fliegende Holländer fängt quasi im 17. Jahrhundert an und endet in der heutigen Zeit. So zeichnen wir in der Inszenierung auch ein Geschichtspanorama, der vielen Opfer von Unglücken, Todesfällen, Vernichtung auf See. Kommen Sie ans Theater Ansbach und sehen Sie der fliegende Holländer im Sturm der Zeit. Es ist ein ganz besonderes Projekt. Oper, großes Musiktheater für Schauspiel. Musik 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 Kub